Ich heiße Maria Jetschuk und ich unterrichte deutsche Sprachen im Gymnasium Parmonie in der Stadt der Allerherzlichen. Wollen wir uns bekannt machen? Mein Name ist Irina Beuth. Ich unterrichte Deutsch in der Ternopulia Spezialisierten Schule Nummer 3 mit dem erweiterten Fremdsprachenunterricht. Und ich bin als Deutschlehrerin in der Ternopulia Schule Nummer 17 mit dem erweiterten Fremdsprachenunterricht tätig. Guten Tag, ich heiße Olexander Kuschelninski und ich wohne und arbeite jetzt in Ternopul. Schon 14 Jahre habe ich eine tolle Wörderigkeit in unserer Schule. Schole ist und es ist Nummer 20 mit der Ternopulia. Mein Name ist Gellis Irina Ivorivna, ich bin niemesprachen. Ich bin Tertjana Wollandirivna, ich arbeite im niemesprachen Niemesprachen in der Ternopulie Nummer 29 mit der Ternopulie. Und eigentlich mag ich meine Arbeit in der Schule. Das macht mir wirklich Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.